Der Streamingdienst Netflix hat in Berlin seinen Deutschlandstart gefeiert. Neben zahlreichen deutschen Promis waren auch die Stars der Serie Orange is the New Black dabei. Auch die niederländische Schauspielerin Famke Jansen hat sich auf dem roten Teppich blicken lassen. Sie spielt in der Netflix-Serie Hemlock Grove mit und ist außerdem aus den X-Men-Filmen bekannt. Regisseur und Produzent Robert Rodriguez war mit den Darstellern seiner Serie From Dusk Till Dawn dabei. Rodriguez weiß, warum Streamingdienste so erfolgreich sind. Die Leute wollen einfach nach ihrem eigenen Zeitplan Serien schauen. Wenn du eine Serie wirklich magst, dann willst du ja eine Folge nach der anderen schauen. Ich liebe diese Art zu gucken. Netflix geht übrigens auch mit Eigenproduktionen an den Start. Dennoch, wirklich neu ist das Konzept von Netflix nicht. In Deutschland gibt es ja schon einige Streamingdienste. Es dürfte also spannend werden, ob und wie sehr Netflix den Markt hier aufmischt. Was ist das Konzept von Netflix nicht? Nöning, 21. Sättlichen Dank.